äh timefighter ich hasse die dinge geht oh ok hab ich einen Wollen kaputt gekriegt? oh man ok und Attacke ich werde den nicht erwischt nein oh man das hat nicht wahr sein so hey schnapp dir doch schnapp dir doch die Trockenwolli sagen ja das will ich ja gern aber der könige braucht nicht zu lange zu drehen ich hab's gleich ich kürze das auch ein bisschen ab verschwommen weißt du wie viele Versuche brauche ich bis die nächsten kommen oder war's das jetzt? nein da kann ich nicht mehr messen ach ach Mann! Oh, 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 oh. Oh. So. Ich habe keine Lebensbubbles dafür. Oh. Was? Okay. Macht Blitze primos. Ich kann mir die auch sehr schlecht greifen. Nein, ey, ganz knapp. Komm, Steini. Wenn ich gleich noch mal verrede, ich mach das aus. Ohne Scheiß. Nein. Was schmeißt er den da immer hin? Oh, das geht doch. Das wäre so, wenn ich echt zauge. Komm jetzt. Nein. Oh Mann. Ist nicht wahr. So. Nein. Ja. Bei meinem Glück werde ich gleich noch von so einem Trümmer getroffen. Oder von so einem Laser. Von dem Schiff. So. Lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Machst du dich nirgendwo Schiffe? Da kommen sie wieder. Gut. gut, Freunde, ich mach das eben kurz offscreen wir sehen uns gleich wieder ok, Freunde, ich glaub, ich hab's gleich soweit ja, warum wird er nicht grün? was soll denn der Scheiß? was soll denn das jetzt? oh, Mann, bis gleich ok, Freunde ich hoffe, jetzt ist es ich hoffe mal, jetzt ist es soweit ja, Spiel oh, Mann das Spiel will ich träumen, echt das gibt's nicht ja, ich würd ja gern, hab ich ihm gesagt, Spiel nö ich kann ihn ja nicht, warte, zu mir hinziehen was soll denn das? irgendwie 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 wird's nicht grün hä? toll, hab ich's da sind wir kaputt gefühlt? äh? 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 Ja, das würde ich ja gern. Aber irgendwie geht das nicht. Also wenn ich gleich nicht irgendwas aktivieren kann, dann muss ich das Spiel starten. Mein Gott. Äh, irgendwie kommt da nichts. Greife mit der Macht nach diesen Zerstörern. Ja, das tue ich ja. Aber irgendwie macht er nichts. Mit der Macht. Moment mal. Habe ich vielleicht... Okay. Irgendwas ist mit dem Spiel. Gut, liebe Freunde. Ich versuche es jetzt nochmal. Ganz offline. Ich starte das Spiel neu. Und dann, äh, bis gleich. Oh, Freunde. Ich hab's geschafft. Ich hab's 절대 nie draufsetzen. Wo? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. Master? Proxy! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Aber seien Sie so freundlich und lassen Sie mich hier. Was redest du denn da? Die Schockwelle. Sie hat Teile meines Prozessors zerstört. Meine primäre Programmierung ist gelöscht. Ich bin nutzlos. Proxy, du bleibst nicht hier, komm schon. Oh, ist das süß. Vor allem, dass man, dass man, ne, dass man Mitleid mit einem, mit einer, in Anführungszeichen, Maschine hat. Und mir fehlen wieder zwei Holokrons. Ach so, egal. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde. Wenn sie Verdacht schöpfen. Dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange, kontaktiere uns. Ups. Wird ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt unmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion. Garm stellt uns die Flotte. Mon Mottmar Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Roxy! Unterbrechen! Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen. Wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten. Nicht mit dir. Nein. Ohne mich. Werdet ihr nie frei sein. Zuh идet gut. Ich hole nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020